Es ist Samstag, der 21. Oktober 1989 in Brisbane, Australien. Die Hausfrau Elaine Baldock wacht an diesem Morgen allein in ihrem großen Ehebett auf. Sie war seit 25 Jahren verheiratet, jedoch war ihr Ehemann in dieser Nacht nicht nach Hause gekommen. Ihr Ehemann war der 47-jährige Edward Baldock. Gemeinsam hatten sie fünf Kinder und sogar zwei Enkel. Er arbeitete als Straßenbauer für die Stadtverwaltung. Edward hatte am Vortag frei gehabt und war zu einem Dart-Turnier am Abend des 20. Oktober gefahren. Dieses Turnier fand in seinem Lieblingspub, dem Caledonian Club in Kangaroo Point statt. Er konnte das Turnier an diesem Abend sogar gewinnen. Es war nicht unüblich für Edward, dass er abends mit seinen Freunden etwas trinken ging, jedoch war er nie die ganze Nacht weg, was Elaine sofort beunruhigte. Da sie an diesem Morgen schon sehr früh wach war, rief sie gleich um 5 Uhr morgens bei der örtlichen Polizei an, um ihren Mann als vermisst zu melden. Edward sollte nicht lange als vermisst gelten. Nur 19 Minuten nachdem Elaine bei der Polizei anrief, war der Bootsmann Stephen Caron auf dem Brisbane River unterwegs. Sein Boot war das einzige, was auf dem Wasser war und als er am South Brisbane Segelclub vorbeiruderte, bemerkte er etwas in seinem Blickfeld. Vor dem Bootshaus des Segelclubs entdeckte er dann etwas, das für ihn wie ein lebloser Mensch aussah. Er schickte die umherstehenden Jogger weg und zog sein Boot ans Ufer, um es sich genauer anzusehen. Was Stephen entdeckte, war ein absolut grauenhafter Anblick. Damit hat sich... Polizeichef Patrick Glancy kam knapp eine Stunde nach dem Fund um 6 Uhr morgens als einer der ersten am Tatort an. Glancy war schon sehr lange im Dienst und hatte eine lange Laufbahn vorzuweisen. Er war bei vielen brutalen Taten leitender Ermittler, jedoch sollte dieser Fall aufgrund seiner Brutalität des Angriffs für immer in sein Gedächtnis gebrannt werden. Am Bootshaus des Segelclubs fand man die Überresse des 47-jährigen Edward Baldock. Er hatte nur noch seine Socken an. Sein ganzer Körper war mit Stichwunden übersät, hauptsächlich aber in Hals, Brust und Rücken. Die Verletzungen waren so extrem, dass er fast enthauptet worden wäre. Besonders auffällig waren aber zwei Wunden am vorderen Teil des Halses. Es gab außerdem Hinweise darauf, dass jemand nach der Tat seine Finger in die Wunde gesteckt hatte. Als die Polizei anfing, den umliegenden Tatort zu untersuchen, fanden sich schnell zwei sehr wichtige Beweisstücke. Das erste Beweisstück war eine blaue Brieftasche, die unter der Tür des Bootshauses gefunden wurde. In ihr war eine Bankkarte mit dem Namen E. Baldock drauf. Durch diesen Fund konnte die Polizei die Überreste als die von Edward Baldock identifizieren. Das zweite Beweisstück sollte die Ermittler direkt zu dem Täter führen. Es stellte sich heraus, dass Edward sich entkleidet hatte und seine Kleidungsstücke fein säuberlich in der Nähe des Bootshauses gestapelt hatte. Unter dieser Kleidung befand sich auch ein paar hellbraune Herrenschuhe. Bei der Untersuchung entdeckte die Polizei eine weitere Bankkarte, die jemand im linken Schuh versteckt hatte. Die Bankkarte war mit der von Edward fast identisch, allerdings trug sie einen anderen Namen. T. A. Wigginton. Es war nicht klar, ob Edward die Karte mit Absichten seine Schuhe gesteckt hatte, um der Polizei zu helfen, oder ob er die Karte aus Versehen mitgenommen hatte, weil er dachte, es sei seine eigene. Egal aus welchem Grund, es war für die Polizei der entscheidende Hinweis. Um 10 Uhr morgens, am gleichen Tag, stand die Polizei nun vor einer Wohnung in einem nördlichen Vorort von Brisbane. In der Wohnung lebte die 24-jährige Tracy Avril Wigginton. Zu diesem Zeitpunkt war die polizeiliche Befragung nur eine Routine, die nur durch den Fund ihrer Karte am Tatort ausgelöst wurde. Als Verdächtige galt sie noch nicht, denn die Polizeibeamten gingen davon aus, dass eine so brutale Tat nicht von einem, sondern mehreren männlichen Angreifern verübt werden musste. Es wäre ihnen zu diesem Zeitpunkt nie in den Sinn gekommen, dass eine Frau für eine solch brutale Tat verantwortlich sein könnte. Vor allem nicht eine Frau mit einer so tollen Ausstrahlung wie Tracy Wigginton. Tracy war 24 Jahre alt, 1,80 Meter groß und wog 113 Kilo. Weibliche Mörder verübten ihre Taten meist an ihrem Partner oder ihrer Familie. Nach Angaben des Australischen Instituts für Kriminologie waren im Jahr 1990 nur knapp 10% aller Täter weiblich. Die Ermittler teilten Tracy anfangs mit, dass sie ihre Bankkarte gefunden hätten und fragten sie, ob sie sie verloren hatte. Sie erzählte daraufhin, dass sie und einige Freunde am Abend zuvor im Orley Park gewesen waren. Sie hätten auf einer Schaukel im Park in der Nähe des Segelclubs gesessen und sich gegenseitig angeschubst. Sie glaubte, dass sie dort wohl ihre Karte verloren hätte. Die Polizei glaubte ihr, weil sie, wie schon gesagt, nicht davon ausging, dass eine Frau für so etwas verantwortlich sein könnte. Es war denkbar, dass Edward betrunken durch den Park ging, die Karte auf dem Boden sah, die genauso aussah wie seine eigene und sie in dem Glauben aufhob, dass er seine eigene verloren haben könnte. Da diese Spur aber die einzige in diesem Fall war, und dazu auch eine sehr starke, mussten die Beamten ihrer Sorgfaltspflicht nachkommen und alle Möglichkeiten untersuchen, bevor sie Tracy gehen lassen konnten. Sie fragten Tracy, ob sie sich ihr Auto ansehen dürften. Tracy sagte nämlich, sie war mit ihrem grünen Hole in Commodore am Vorabend zum Park gefahren. Sie hatte kein Problem mit einer Untersuchung und wurde von den Beamten sogar als freundlich und kooperativ beschrieben. Bei der Durchsuchung ihres Autos fanden die Beamten ein zerknülltes Handtuch. Auf dem Handtuch fanden sie dann rote Flecken, die wie trockenes Blut aussahen. In diesem Moment teilte die Polizei ihr dann mit, dass ihre Karte an einem Tatort gefunden wurde und ob sie damit ein Problem hätte, mit aufs Revier zu kommen, um eine Aussage zu machen und ein Interview auf Band aufzunehmen. Tracy stimmte zu und kam fröhlich mit. Auf einen Rechtsbeistand verzichtete sie. Sie sagte, sie sei mehr als glücklich, ihnen bei ihren Ermittlungen in jeder Hinsicht zu helfen. Während Tracy auf dem Polizeirevier wartete, wurden ihre Mitbewohner befragt. Unter ihren Mitbewohnern war auch ihre feste Freundin Debbie und diese erzählte, dass Tracy an diesem Morgen gegen 7.30 Uhr nach Hause gekommen war und sich ängstlich und gestresst verhalten hatte, weil sie angeblich einen toten Menschen gesehen hatte. Nachdem sie den Park am Flussufer verlassen hatte, sei Tracy zu Freunden gefahren und habe sie schlafen gelegt. Sie wachte relativ früh auf und stellte fest, dass sich ihre Bankkarte nicht mehr in ihrem Besitz befand. Sie und eine Freundin gingen zurück in den Park, um sie zu suchen. Dort hätten sie dann die Überreste eines Mannes gesehen, weshalb sie Angst bekommen hatten und wegrannten. Tracy soll daraufhin zurück zu ihrer eigenen Wohnung gegangen sein und rief dort ihrer Freundin Debbie zu, dass sie mit ihr reden müsse, weil sie etwas Schreckliches gesehen hatte. Debbie fuhr danach zum Orley Park. Dort waren aber schon Polizisten vor Ort und kümmerten sich um den Tatort. Tracy geriet in Panik, als sie davon erfuhr und habe sich zusammengerollt. Etwas später schlief sie ein, nachdem Debbie ihr zwei Schlaftabletten gegeben hatte. Drei Stunden später klopfte dann die Polizei an ihrer Tür. Debbie sagte, sie sei überrascht gewesen, wie ruhig Tracy mit ihnen sprach. Es klang fast so, als ging es nur um eine Kleinigkeit. Die Polizei erzählte Tracy daraufhin, dass ihre Freunde ihnen erzählt hatten, dass sie in der Nacht zuvor die Überreste von Edward gesehen hatte. Tracy wurde etwas wütend und bestätigte ihnen, dass sie ihn wirklich gesehen hatte. Es wäre furchtbar gewesen, sagte sie. Sie und ihre Freunde hätten nicht gewusst, was sie tun sollten. Sie waren extrem erschrocken und beschlossen, nichts zu sagen und die Sache einfach zu vergessen. Als wäre es Schicksal, tauchte in diesem Moment Tracys heimliche Geliebte Lisa Petoschinski in der Polizeistation auf und erzählte, dass sie letzte Nacht mit ihr unterwegs gewesen war und dass sie und zwei weitere Frauen für die Tat verantwortlich waren. Sie erzählte der Polizei nicht nur von der Tat, sondern ging sogar über ihre Pflicht hinaus, indem sie der Polizei erzählte, dass ihre Geliebte, Tracy, glaubte ein Vampir zu sein und dass sie von ihr vor kurzem sogar gezwungen wurde, ihr in die Hand zu schneiden, damit Tracy das Blut trinken konnte. Nachdem die Polizei das Geständnis aufgenommen hatte, gingen sie zurück zu Tracy. Sie befragten sie ein drittes Mal und teilten ihr mit, dass ihre Freunde die Tat gestanden hätten. Tracy geriet in Bedrängnis, Sie gab zu, dass ihre beiden vorherigen Aussagen gelogen gewesen waren und schilderte dann die Ereignisse, die zur Tat geführt hatten, in allen Einzelheiten. Am Abend des 21. Oktober 1989 verbrachte Tracy, Lisa, Kim Jervis und Tracy Woe den Abend in einer Bar namens Le Amour in Fortitude Valley, Brisbane. In der Nacht der Tat hatte sich Tracy die Haare schwarz gefärbt und erzählt, dass sie das starke Bedürfnis habe, Blut zu trinken. Sie überredete die anderen, ihr bei der Suche nach einem Menschen zu helfen, dem sie das Leben nehmen konnte, um ihre vampirischen Bedürfnisse zu befriedigen. Ihre drei Freunde waren offensichtlich sehr beeinflussbar und bereits zuvor hatten sie von Tracy erfahren, dass sie öfter das Blut von Tieren trinken würde. Sie waren an diesem Abend alle in Feierlaune und bestellten sich teuren Champagner, was eine Abwechslung zu ihren üblichen Bestellungen war. Die vier Frauen stiegen gegen 23.30 Uhr in das Auto von Tracy und gemeinsam machten sie sich auf die Suche nach frischem Blut in den Straßen der Innenstadt, während die Musik von Prince in voller Lautstärke aus dem Autoradio ertönte. Tracy sagte, der ursprüngliche Plan sei gewesen, einen Mann zum Scherz an den Fluss zu locken, ihn dort anzumachen, nur um ihm dann einen Korb zu geben und ihn dort zurückzulassen. In der Zwischenzeit hatte Edward Baldock beschlossen, dass er nach Hause gehen wolle. Er hatte eine Nacht des Feierns genossen. Er gewann das Dartturnier und gab seinen ganzen Gewinn für Drinks aus. Edward war so betrunken, dass er nicht stehen konnte, ohne sich an etwas festzuhalten. Er stand außerhalb des Pubs und wartete am Straßenrand auf ein Taxi, als plötzlich ein Auto mit vier jungen Frauen vor ihm hielt und ihm ein Angebot machte, ihn mitzunehmen. Kim Jervis lockte ihn ins Auto mit dem Versprechen, dass er mit ihnen schlafen könnte, wenn er in das Auto stiege. Baldock, der sein Glück kaum fassen konnte, ahnte nicht, dass er von den vier jungen Frauen angelockt wurde, weil sie eine brutale Tat im Sinn hatten. Tracy fuhr dann sieben Kilometer zum Orley Park, denn sie wusste, dass diese Gegend menschenleer sein würde. Während sie die drei anderen im Auto zurückließ, führte sie Edward in den Park. Sie zog ihr Hemd aus, während Edward sich komplett auszog. Dann sagte sie ihm, sie müsse noch kurz auf die Toilette gehen, sei aber gleich zurück. Edward faltete seine Kleidung zu einem Stapel zusammen und schob seine Brieftasche unter die Kante des Tors des angrenzenden Segelclubs. Da Tracy befürchtete, dass selbst ein Betrunkener sie überwältigen konnte, holte sie Lisa dazu, um ihr zu helfen. Lisa hatte ebenfalls ein Messer, das sie von Kim Jervis bekommen hatte. Sie wollte gerade auf Edward einstechen, als sie sagte, sie habe sich einfach umgedreht und die Nerven verloren. Tracy hätte daraufhin das Messer genommen und auf ihn eingestochen. Edward versuchte, sich noch zu wehren, jedoch konnte er durch den Schock und den Alkohol kaum etwas tun. Sie stach immer weiter auf ihn ein, als er zu Boden ging. Tracy ließ ihn auf dem Boden liegen und zündete sich eine Zigarette an und sah ihm dabei zu, wie er um sein Leben kämpfte, bis er schließlich aufhörte, sich zu bewegen. Danach soll sie angefangen haben, aus den Wunden das Blut zu trinken. Als sie fertig war, ging sie zum Fluss und warf das Messer hinein, wusch sich die Hände und Arme. Sie zog sich wieder an und ging zurück zum Auto, wo die drei anderen Frauen auf sie warteten. Kim Jervis sagte dann zu ihr, hast du gegessen, was Tracy bestätigte. Tracy zeigte Lisa und Kim daraufhin den Tatort, während eine Frau im Auto zurückblieb. Kim Jervis sagte dann, du siehst aus, als hättest du ein Drei-Gänge-Menü gehabt. Alle vier Frauen wurden verhaftet und angeklagt. Tracy Wigginton plädierte vor Gericht auf schuldig. In Australien bedeutet das, dass man automatisch eine sofortige lebenslange Haftstrafe bekommt. Ihre Verurteilung im Jahr 1991 ging deshalb nur neun Minuten. In diesen neun Minuten wurden nur wenige Einzelheiten ihres Verbrechens einschließlich ihres Geständnisses bekannt gegeben. In den Medien wurde vorher kaum etwas über den Fall bekannt gemacht, weshalb die grausamen Details des Falles nach seiner Bekanntgabe Australien im Sturm eroberte und sogar weltweit Schlagzeilen machte. Die drei anderen Frauen traten nicht in den Zeugenstand, aber dem Gericht wurden aufgezeichnete Interviews vorgespielt, die nur wenige Tage nach ihrer Verhaftung geführt wurden und in denen es um alles Mögliche ging. Von Vampiren bis zu satanischer Anbetung. Aus den Aufzeichnungen ging dann hervor, dass die Frauen viel zu große Angst hatten, um das Auto zu verlassen. Tracy hätte ihnen wohl angedroht, dass sie ihnen den Arm abreißen würde, wenn jemand sie bei ihrem Mahl stören würde. Sie waren sich vorher sicher, dass Tracy eine solche Tat niemals wirklich durchziehen würde, jedoch bestätigte der Blutgeruch danach ihre Ängste. In den Wochen vor der Tat hatten Tracy und ihre Freunde nachts auf dem alten Tu Wong Friedhof in dem Westen der Stadt gepiknickt und sogar einen Grabstein gestohlen. Die Freunde hatten das Gefühl, dass Tracy sie kontrollieren würde. Sie glaubten, sie habe eine Art übernatürliche Macht, wie ein Vampir eben. Tracy hätte ihnen befohlen, im Schneidersitz vor ihr zu sitzen und Augenkontakt zu halten. Sie hätten gesehen, wie Tracys Körper dann verschwand und nur noch zwei Katzenaugen vor ihnen schwebten. Eine Woche vor der Tat hätten die Freunde auch einen Vampirfilm gesehen, in dem Menschen entführt worden waren. Außerdem hatten sie sich immer wieder ein Video angesehen, bei dem ein Mann mit einer Schrotflinte jemand anderem das Leben nahm. Irgendwann nach der Tat wurden dann auch vertrauliche Videos veröffentlicht, die bei Tracys psychiatrischen Befragungen gemacht wurden. Es kam zu einer großen politischen Debatte über die Privatsphäre von Patienten und das Recht der Öffentlichkeit auf Informationen. Einige Feministinnen gingen damals so weit zu behaupten, dass Wingenden unschuldig sei, denn sie habe sich bei der Tat ihren bösen Großvater als Opfer vorgestellt und nicht den unschuldigen Edward Baldock. Beweise kamen außerdem ans Tageslicht, dass ihr Großvater sie als Kind mehrfach missbraucht hatte. Die drei anderen Frauen plädierten auf nicht schuldig und waren fest entschlossen, Tracys die ganze Schuld in die Schuhe zu schieben. Sie begründeten dies damit, dass Tracys sie eingeschüchtert hatte und dass sie ihnen etwas antun würde, wenn sie nicht bei der Tat helfen würden. Sie erzählten außerdem, dass Tracys besessen von dem Gedanken war, ein Vampir zu sein, weshalb sie auch Blut von einem Metzger kaufte, um es zu trinken. Es wurde außerdem die Geschichte vor Gericht erzählt, als sich eine der Frauen die Hand aufschneiden musste, damit Tracys das Blut trinken konnte. Lisa Pytoschinski wurde wegen der Tat zur lebenslangen Haft verurteilt, jedoch kam sie 2008 frei, als ihr Antrag auf Wiedereingliederungsurlaub genehmigt wurde. Sie saß insgesamt 17 Jahre im Gefängnis und hält sich seit ihrer Entlassung aus dem Rampenlicht der Medien heraus. Kim Jervis wurde ebenfalls für schuldig befunden und zu 18 Jahren Haft verurteilt. Sie wurde nach 12 Jahren entlassen. Tracy Woh, die Frau, die im Auto zurückblieb, wurde freigesprochen, nachdem ihr Verteidiger argumentiert hatte, sie habe keine aktive Rolle bei der Tat gespielt und sogar versucht, einige von der Teilnahme abzuhalten. Tracy ging es im Gefängnis offenbar recht gut und bekam dort den Spitznamen Fang, also Reißzahn. Sie begann in der Gefängnisbibliothek zu arbeiten und erwarb schließlich einen Bachelor of Arts mit den Hauptfächern Anthropologie und Philosophie. Im Jahr 2009 wurde ihr Antrag auf vorzeitige Entlassung vom Bewährungsausschuss abgelehnt, da sie ein schweres und gewalttätiges Delikt begangen hatte und in einem psychiatrischen Gutachten als erheblich zurechnungsfähig eingestuft wurde. Der Ausschuss kam zu diesem Schluss, da sie zum Zeitpunkt ein inakzeptables Risiko für die Gemeinschaft darstellte und deshalb beschloss, den Antrag abzulehnen. Ein psychologisches Gutachten vom Februar 2009 bescheinigte Tracy ein mittleres bis mäßiges Risiko für weitere Gewaltdelikte in den nächsten 7 bis 10 Jahren. Sie legte erfolglos beim obersten Gerichtshof Berufung gegen die Entscheidung des Ausschusses ein, wodurch die Berichte ihrer Psychologen und des Gefängnisses öffentlich gemacht wurden. Trotz allem wurde Tracy Wigginton am Dienstag, den 11. Januar 2012 um 6.30 Uhr aus dem Gefängnis entlassen, nachdem sie 22 Jahre inhaftiert war. Ihre Bewährungsauflagen sahen vor, dass sie keinen Kontakt zu ihren Mitstraftätern oder der Familie des Opfers aufnehmen durfte. Außerdem war es ihr untersagt, durch den Verkauf ihrer Geschichte an Medienorganisationen finanziellen Gewinn zu erzielen. Bei ihrer Entlassung äußerte sie Reue für die sinnlose Tat und bestritt erneut, dass sie sich jemals für einen Vampir gehalten habe. Gute Nacht und bleibt gesund.